Guten Morgen, ich bin Sigmar von RH Caravan Reisen und es ist das Wochenende nach unserem Luxemburg Urlaub. Und auch hier haben wir wieder eine Ausfahrt geplant. Diesmal geht es auf eine Apfelplantage und die haben wir gefunden mit der Plattform Hinterland. Und ich würde sagen, alles Weitere seht ihr in diesem Video. Viel Spaß dabei! Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020